Im Namen Jesu spreche ich. Ich wünsche euch Frieden. Wir fahren heute fort mit dem Hauptthema, die zehn Gebote. Und heute geht es um das achte Gebot. Wir wissen, die zehn Gebote wurden persönlich von Gott mit einem Finger an die Menschen geschrieben. Das heißt, es sind wichtige Gebote. Viele Geschichten aus der Bibel sind mündlich übertragen worden. Oder Menschen wurden von Gott bewegt, dass die Worte von Gott aufschreiben. Nur die zehn Gebote wurden persönlich von Gott aufgeschrieben. Und zwar zweimal. Die ersten Gebotstafeln wurden von Mose kaputt geschmissen. Denn als Mose vom Berg Sinai runterkam, hat er gesehen, dass die Israeliten die goldenen Kälber angebietet haben. Und in einem Zorn hat er die Gebotstafeln kaputt geschmissen. Und deshalb muss er nochmal auf den Berg Sinai gehen, um die Gebotstafeln nochmal zu kriegen. Wir wissen, dass in der Bundeslade die zwei Gebotstafeln aufgehoben worden sind. Das heißt, es sind zwei identische Tafeln, beide enthalten die zehn Gebote. Und da es ein Bund zwischen Gott und den Menschen ist, ist es eine Tafel von Gott und eine Tafel für die Menschen. Wir wissen, dass die zehn Gebote mit ersten vier Gebote gegenüber Gott beginnen und die letzten sechs für die Menschen gedacht waren. Aber so sind die Gebotstafeln nicht aufgehoben. Die Gebotstafeln ist, dass es eine sehr seriöse Atmosphäre ist. Als die Gebotstafeln den Menschen übergeben wurden, war es eine sehr seriöse Atmosphäre. Das heißt, dass es in der Bibel gibt, dass es eine sehr seriöse Atmosphäre gibt. Es gab viel Donner, lautes Krachen. Die Bibel beschreibt es als eine sehr ernste Situation. Eine sehr dramatische Situation. Und die zehn Gebote sind in sich abgeschlossen. Die Bibel sagt auch, wenn jemand ein Gebote bricht, bricht er alle zehn Gebote. Die sind nicht voneinander separiert. Das ist wie eine Perlenkette, die sind aufeinandergereiht. Und wenn die Perlenkette bricht, fallen alle Perlen ab. Das heißt, es ist ein Set an Gebote. Und wenn wir die zehn Gebote halten wollen, müssen wir die in einer Einheit, in einem Set halten. Das heißt, uns unterliegt nicht das Recht zu sagen, ich nehme mir nur bestimmte Gebote heraus, die ich einhalten möchte. So sagt auch die Bibel wiederum, ein Gebote nicht gehalten sind die ganzen zehn Gebote. Die zehn Gebote sind nicht nur für die Israeliten. Die zehn Gebote sind zwar auch für die Israeliten, aber auch für alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Gott hatte ein Ziel, als er die Gebote saft und den Menschen übergeben hatte. Es ist keine Last, die Gott den Menschen geben wollte. Das heißt, er hat den Menschen eine Gnade gegeben und dann erst die Gebote. Ja, das heißt, er hat den Menschen eine Gnade gegeben und dann erst die Gebote. die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat. Und der Hauptgrund der zehn Gebote war, dass die Israeliten in der Gnade Gottes weiterwachsen. Dass sie die Rettung fortführen, die Gott geplant hatte für sie. Auch in der Bibel steht, dass jemand, der gesündigt hat, der nicht die Rettung Gottes empfängt. Das heißt, nochmal zusammengefasst, Gott hat die Israeliten aus Ägyptenland geholt und das ist die Gnade, die Gott gezeigt hat. Und so auch wir heutzutage. Gott hat uns gerettet oder errettet aus der Sünde der Welt. Und erst dann erwartet er von uns, dass wir reinbleiben. dass wir seine Errettung weiter fortführen können und dies erreichen. Das heißt, wenn er uns errettet hat aus der Sünde, wir aber diesen Rettungsplan nicht weiter fortführen können, ist das eigentlich umsonst. Das heißt, für die Menschen, die rein gewaschen worden sind von den Sünden, erwartet Gott, dass man auch seine Gebote hält. Dass wir rein vor Gott stehen können. Das ist der Prozess von Gottes Gesetzen. Es ist keine Last, es ist ein Fortfahren seines Rettungsplans. Dass die Menschen in Gottes Gnade weiter wachsen. Wir wissen, die zehn Gebote sind in zwei Teile geteilt. Die ersten vier Gebote, wie gesagt, sind bezüglich Gott. Die letzten sechs Gebote beziehen sich auf den Umgang der Menschen untereinander. Und dazu muss man ein paar Hintergrund Gedanken nennen. Außer, dass wir die Menschen und Gott lieben sollen. Das erste Gebote lehrt uns, wie wir Gott respektieren und ehren können. Wenn wir Gott lieben und respektieren und wissen, dass er der allmächtige, erschaffende Gott ist, dann wissen wir auch, dass wir nur einen Gott haben dürfen. Und wenn wir wissen, dass es nur einen Gott hat, dann würden wir auch keinen Götzenbilder erschaffen und andere Götzen anbilden. Wenn wir wissen, dass es nur einen Gott hat, würden wir auch seine Namen nicht missbrauchen. Davor habe ich auch erwähnt. Es gibt Übersetzungsprobleme in der Hinsicht. Das heißt, es ist nicht nur Gottes Namen, sondern auch der Name der Gemeinden oder unser eigener Name. Das heißt, wir benutzen nicht die Namen, um selber profit dazu oder dafür zu verlangen oder dass die anderen Menschen um uns um uns um profit erlangen. Wenn wir verstehen, dass Gott zu ehren, verstehen wir auch den Sabbat einzuhalten. Wenn wir verstehen, dass Gott und seine Liebe zu ehren, verstehen wir auch die Familie zu ehren und zu lieben und die Eltern zu lieben und gehorsam zu sein. Wenn wir wissen, dass wir das Leben an sich in Ehren halten sollen, dann wissen wir auch, dass wir nicht töten sollen. Wenn wir wissen, wie wir lieben sollen, dann verstehen wir auch die Wichtigkeit einer Ehe und würden so keinen Ehebruch begehen. Wenn wir wissen, dass das Hab und Gut andere wichtig ist, dann würden wir auch nicht habgierig sein oder stehlen. Wenn wir Gott lieben, dann wissen wir, was die Wahrheit ist, dann würden wir auch kein falsches Zeugnis ablehnen. Und wir sehen, an diesen Beispielen, die Bibel spricht über die Liebe, aber sie spricht auch über Respekt und in Ehrenheit. Aus der Bibel können wir sehen, eine Gesellschaft, die Gott nicht in Ehren hält, die fängt an Götzen anzubeten. Und da bringen sie auch Sünde mit ins Spiel. Eine Gesellschaft, die nicht versteht, andere zu lieben, bringt Chaos und auch kein Respekt mit in die Gesellschaft. Und eine Gesellschaft, die die Menschen nicht in Ehren hält, ist wahrscheinlich auch voller Gewalt. Ein Beispiel dafür, Noahs Zeit, da wurden die Menschen eliminiert und waren in Chaos, heute auch. Wenn wir nicht wissen oder nicht verstehen, wie man Sachen oder Menschen in Ehren hält, entsteht Chaos. Und dieses Respekt hin und Ehren halten sollten wir aber auch mit in die Familie mitbringen und auch mit in die Gemeinde. Jemand, der nicht Ehren oder in Respekt halten kann, der kann auch schlecht Frieden stiften und Frieden mit einbringen. Und findet auch keine Gerechtigkeit. Das ist der erste Hintergrund der zehn Gebote. Und der zweite Punkt ist Verantwortung. Gott lehrt uns, dass jeder eine Verantwortung trägt für Gott. Niemand erhebt sich über Gott. Es gibt viele Menschen, die in Gottes Augen böse handeln, heutzutage. Es gibt viele Menschen, die in Gottes Augen böse handeln, heutzutage. Viele behaupten, es liegt an der Genetik, dass viele böse werden. Es gibt die Hypothese, dass wenn ein Mensch böse ist, kommt es daher, dass die Eltern böse waren und das verehren können. Andersherum gesagt, man schiebt die Sünde nicht auf das Kind, sondern auf die Eltern. Aber so lehrt nicht die Bibel. Die Bibel sagt, jeder läuft seinen eigenen Weg. Wer in der Welt lebt, hat seine eigene Verantwortung über sein Leben. Das ist ein sehr gesund oder ein sehr wichtiger Gedanke. Oft sehen wir böse Taten auf der Welt. Wir können natürlich die Gesellschaften heute mit vor 200 Jahren vergleichen. Da hatte die ungefähr noch eine Balance gehabt. Zum Beispiel der Prozess von Amerika. Er hat eine Bibel in der Welt. Er hat eine Bibel aufgebaut. Er hat eine Bibel. Er hat eine Bibel. Er hat eine Bibel. Unter dem amerikanischen Kongress ist eine Bibel verbaut. Oder auch eine Bibel aufgebaut. Das heißt, deren Gesetze basiert auf der Bibel. Also viele weltliche andere Gesetze basieren auf der Bibel. Zum Beispiel nicht morden, nicht stehlen. Aber wir sehen immer mehr Beispiele, die sich nicht daran halten. Und so immer mehr böse Taten vollbringen. Früher waren es ein Mann, eine Frau. Heute lässt man homosexuelle Paare zu. Das ist nicht das, was Gott eigentlich möchte. Das heißt, wer sich an die 10 Gebote hält, das ist eine Verpflichtung eines jeden Einzelnen. Niemand kann eigentlich davor fliehen. Und es gibt keine Ausrede, sich nicht daran zu halten. Und heute geht es um das 8. Gebot. Wir lesen dazu 2. Mose Kapitel 20. Bitte einmal auf Chinesisch lesen. Susan, kannst du bitte lesen? Vers 15. Im Deutschen, du sollst nicht stehlen. Das ist eine sehr kurze, Herr Faius. Obwohl es sehr kurz ist. Aber die Bibel wird sehr kurze. Es werden ganz viele Beispiele in der Bibel erwähnt. Die Beispiele in einer heimlichen Situation, sich etwas zu nehmen, wovon andere nicht wissen. Das heißt, andere Menschen wissen nichts davon oder geben nicht das okay, dass du etwas nimmst. Das ist genau das gleiche wie Rauben. Das heißt, das sind zwei gleiche Szenarien. Das heißt, das sind zwei gleiche Szenarien. Aber wir sollen nicht stehlen, laut Gott. Gott weiß alles. Wir können stehlen. Wir können vielleicht auch von Gott stehlen. Und manchmal ergibt sich die Meinung, dass Gott das gar nicht sieht und dass wir es einfach nehmen können. Aber dazu kommen wir später. Wir lesen erstmal ein paar Beispiele in der Bibel über stehlen. Ein sehr berühmtes Beispiel ist, als Adam Eva von diesem Baum stehlen und diese Frucht essen. Und der Ursprungsgedanke vom Stehlen kam von Eva. Eva wurde von der Schlange verführt. Aber sie hatte die Verantwortung, ihr Veto einzulegen bei der Schlange. Sie hat das aber nicht getan. Denn sie hatte schon dieses Haben-wollen in ihrem Herzen verführt. Ihre Hoffnung war, genauso gut zu sein wie Gott. Und so hat Eva zuerst in die Frucht gebissen. Und das hat Gott nicht erlaubt gehabt. Und Gott wusste natürlich davon. Und Eva hat nicht nur selber davon abgebissen, sondern auch Adam die Frucht gegeben. Und das Verhalten des Ehepaars hat das Tor zur Sünde aufgemacht. Im Römerbrief erzählt es uns davon, dass die Sünde durch einen Menschen, also durch Adam, in die Welt gekommen ist. Nicht nur dass die Sünde auf die Welt gekommen ist, sondern auch die Welt regiert. Wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt, als Gott die Erde erschaffen hatte, war alles gut. Bevor die Sünde kam, war alles gut in Gottes Augen. Wir wissen, auch nach jedem Schöpfungstag hat Gott gesagt, es war gut. Und jeder Schöpfungstag schließt damit ab, dass es gut war. Und dann begann der neue Schöpfungstag. Obwohl die Schöpfung so sehr gut ist. So haben unsere Urvater und Urmutter von dieser Frucht gegessen und die Sünde in die Welt gebracht. So sehen wir die Nachfolge, die Nachwirkung von diesem Einmalstil. Man sollte deshalb nicht die Nachwirkung unseres einzelnen Handelns unterschätzen. Das zweite Beispiel ist Achan. Dazu lesen wir Joshua Kapitel 7. Jösua Kapitel 7. Jösua Kapitel 7. Wir wissen, dass Joshua damals die zweite Generation der Israeliten angeführt hatte. Die sind durch den Jordan durch und die waren auf dem Weg Jericho zu erobern und sie haben Gottes Plan und Wille befolgt und sie sind sieben Tage um die Stadt Jericho gelaufen, haben dies auch getan. Sie haben Gottes Worte sehr ernst genommen und auch diese befolgt und so ist die Stadt Jericho, die Mauern sind eingestürzt und so haben sie die Stadt erobern. Aber Gott hat auch befohlen, alles was in der Stadt lebt, sollte getötet werden. Und das, was man an Hab und Gut findet, das sollte man aufbewahren für Gott. Aber unter diesen Israeliten gab es eine Person, diese Person hieß Achan. Und er war habgierig. Und er hat gestohlen. Wir lesen wir Joshua Kapitel 7. Vers 21. Vers 21. Vers 21. Gott hat eindeutig gesagt, man sollte diese behalten und für Gott spenden. Aber er war habgierig und hat es für sich behalten. Und das ist ein sehr schwerwiegendes Vergehen. Die Strafe für ihn und seine komplette Familie war steinigung. Und auch aufgrund dieses Vergehens haben die Israeliten bei der Erbohrung von der Stadt Aai verloren. Das stehlen beeinträchtete nicht nur ihn, seine Familie, auch das ganze Volk Israel. Und das war eine sehr große Nachwirkung. Und das war eine sehr große Nachwirkung. Und die Enttäuschung der Israeliten, dass sie die Stadt Aai, die kleine Stadt, nicht erobern konnte, war sehr groß. Und deswegen kamen auch die Gedanken, warum Gott denn auf einmal diese Männer, die Israeliten, verstößt. Und das war auch ihre erste Niederlage. Und das beruhte alles auf dem Fehler von Achan. Das heißt, das Stehlen von Achan beeinträchtigte das ganze Volk. Gott hat eindeutig gesagt, das Hab und Gut, was gefunden worden ist, sollte für Gott gelten, nicht für die Privatpersonen. Es gibt zwei Arten für Gott, das anzurechnen. Entweder man tut es in Gottes Haus, in Gottes Stiftzüte, oder man gibt es als Brandopfer für Gott. So ein Beispiel, die Götzenbilder sind aus Hab und Gut gemacht, die eigentlich nicht existieren dürften. Und wenn man solches Hab und Gut behält, das wird eines Tages zerstört. Hier nochmal gesagt, Achan's Stehlen hat seine ganze Familie beeinträchtigt. Und auch die Gesellschaft der Israeliten. Sehen wir uns ein drittes Beispiel an. Zweiter Könige, Kapitel 5. Das ist das Beispiel von dem Feldhauptmann Naaman. Er war ein Aramäischer Feldhauptmann. Er hat Leber oder Aussatz bekommen. Er hat Leber oder Aussatz bekommen. Und das war zu der damaligen Gesellschaft ausstoßen. Und man konnte es nicht heilen und man musste den Tod fahren. Selbst vor 100 Jahren konnte man diese Krankheit nicht heilen. Es ist最近 die醫學的進步,才有医治. Erst mit der Vorschrift der Technologie hat man Heilmittel gefunden. Und Naaman ist nach Israel gekommen, um Elisa zu finden, den Propheten. In der Hoffnung, dass er geheilt wird. Naaman hat Elisas Schritte befolgt, was er tun soll, hat sich siebenmal im Fluss gewaschen. So wurde seine Krankheit, sein Aussatz geheilt. So war er sehr glücklich. Man konnte es sehen, er wurde geheilt. Er kann weiterleben. Und er wollte Elisa sehr viele Geschenke schenken. Aber Elisa hat dieses verweigert. Er hat gesagt, nimm deine Geschenke und geh nach Hause. Aber dann kommt Elisas Knecht, der Gehazi, mit ins Spiel. Und Gehazi wurde habgierig. Als Naaman mit den Geschenken wieder fortgezogen ist, konnte Gehazi nicht länger und ist den nachgejagt. Lesen wir dazu 2. Könige Kapitel 5, Vers 25 bis Vers 27. Und Sie sagen, G.H.A.S.E.站在她主人面前 Elisha 问她说 G.H.A.S.E.你从哪里来 回答说 夫人没有往哪里去 Elisha对她说 那能下车转回 引你的时候 我的心情没有去呢 这起是受引子 买橄榄圆葡萄盐 牛羊 扑杯的时候呢 因此 我的大马蜂蜂 你和你的后义 永远 G.H.A.S.E. 从 Elisa 面前退出 就长了大马蜂 像 Vers 25 Als sie weggegangen waren trat er vor seinen Herrn und Elisa sprach zu ihm Woher Gehasi Er sprach Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen Er aber sprach zu ihm Bin ich nicht im Geist mit dir gegangen als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen Wohl an Du hast nun das Silber und die Kleider genommen Wirst dir schaffen Ölgärten Weinberge Schafe Rinder Knechte und Mägde Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deine Nahkommen alle Zeit Da ging Gehasi von ihm hinaus aussätzig wie Schnee Hier ist der Prozess niedergeschrieben Das heißt Gehasi ist zu Naaman gefolgt und hat die Geschenke eingefordert Aber er konnte es nicht vor Elisa verheimlichen Was war seine Bestrafung Vers 27 sagt Elisa Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen dein Nahkommen alle Zeit Das heißt dieses heimliche Stehlen hat so eine krasse Nachwirkung Man könnte denken Das ist doch eine zu arge Bestrafung Der hat doch noch ein bisschen Zeug genommen und sollte nur ihn betreffen warum die ganze Familie nachkommen Elisa Elisa um Gott um Hilfe zu bitten Durch den Gehorsam von Naaman und durch Elisas Wirken von Gott wurde Naaman geheilt Das heißt auch heute können wir lernen wir können nach Gottes Hilfe suchen und wenn Gott gnädig ist wird er uns helfen Zum Beispiel auch das Beispiel des Blinden und der Blinde wurde angewiesen zum Teil um die Augen zu waschen Auf der Karte sind es circa 900 Meter die er so laufen musste Aber aufgrund des Gehorsams des Blinden hat er das getan Er hat diese Schritte befolgt Gott war gnädig und er wurde geheimt Aber was Gehasi getan hat er hat Gottes Gnade auf den Kopf gestellt er hat hat Gott's Gnade auf den Kopf gestellt er beeinträchtigt oder beeinflusst auch den Gedanken des Prinzip von Gott Das heißt es gab ein Einfluss um die Menschen um Naman herum vielleicht haben viele dann gedacht durch Geld kann man sich Gottes Hilfe erkaufen Das heißt Gehasi hat Gott verächtet Er erzeugt oder hatte auch den Gedanken mit diesem sagen Ich predige dir das Wort Gottes du kommst in Himmelreich gib mir bitte dafür Geld Das ist ein 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 嚴重 的 罪 Das ist eigentlich eine beschimpfung Gottes oder auch tatsächlich eine sehr schwerwiegende Tat Und Gehasi war habgierig und hat dies gar nicht mehr alles klar gesehen So ist deshalb seine Strafe sehr schwer Ein viertes Beispiel Wir wissen von den Jakob und Isak Sie hatten Streit über das Erbrecht bzw. Erstgeborenen Recht Denn Isak war alt und wollte seinen Segen an den Erstgeborenen geben Das heißt der Erstgeborene hatte einen Privileg in der Familie Und das ist ein sehr großer Segen den man vom Vater hat Und das ist meistens das doppelte vom Hab und Gut was die anderen Brüder bekommen Aber Jakob hat sich als Esau ausgegeben hat sich diesen Segen gestohlen Wenn wir uns aber diesen Stähl Prozess Das war ein Tad die nicht aktiv von Jakob ausgedacht und ausgeführt worden ist Die Person die Jakob angetriggered hat war eigentlich seine Mutter Und die Mutter Also Isaks Ehefrau hat es gehört Bekka wusste dass der Segen demnächst an Esau vergeben wird Aber durch ihre Präferenz für den jüngeren Sohn Der kleine Sohn war einfach das Mama Kind und war zu Hause hat ihr im Haushalt geholfen Und hat den Plan ausgeheckt mit dem kleinen Sohn diesen Segen zu stehlen Hat Jakob angetriggered zwei kleine Böcklein zu suchen zu suchen So dass Rebekka diese zwei Böcklein zubereiten kann dass Isaac sehr gerne isst und dann Esau dass Jakob das Fell von diesen Böcklein trägt weil Esau sehr behaht war Und Jakob war nicht so behaht wie Esau ist Esau war aber sie behaht So hat Jakob dann diese zwei zubereitete Böcklein genommen und diese Lammfelle um die Arme rum Und Isaac war eben schon alt und konnte nicht mehr gut sehen Er hat die Stimme gehört und dachte das ist Ja Jakob Und deswegen wollte er mal fühlen und sich sicher gehen Und dann hat seine Arme gefühlt und hat gemerkt oh das sind ja viele Haare also muss Esau sein Und Jakob hat den Satz gesagt was Rebekah angetriggered hat hat gesagt Ich bin Esau Ich bin Esau Und Isaac sagte als er gefühlt hat es Esau und vielleicht nimmt auch sein Gehör ab hat dann den Segen ausgesprochen Kurze Zeit später kam der große Bruder nach Hause hat natürlich auch sein Gejagtes zubereitet Und hat dann erst bemerkt dass das erstgeborenen Recht schon gestohlen worden ist Esau hatte Tötungsvorhaben gegenüber Jakob und Jakob musste fliehen Und er konnte bis zum Tode seiner Eltern seine Eltern nicht mehr wiedersehen Das heißt zwei haben einen schlechten Plan ausgeheckt und wollten etwas stehlen Und solche Geschichten passieren auch noch heute Vielleicht in der Familie oder in der Gemeinde das wird und meist führt so etwas zu einer zerrissenheit in einer Gruppe in einer Familie Das war immer so die 影響 ist sehr 深 so ein Einfluss so eine Nachwirkung ist sehr schwer sehr 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 schwer denn die Verwundung ist zu tief stell dir mal vor du bist Esau wie verletzt bist du die die Mutter und der eigene Bruder haben sich zusammengetan um den Vater auszutrex ein Herz Schmerz ist fast kaum zu heilen aber nach langer langer Zeit als Jakob Esau wieder gesehen hat nach vielen vielen Jahren war das nur wegen Gottes Gnade dass Esau diese Tötungsgedanken abgelassen hat und seinen Bruder wieder sehen wollte das heißt durch das Stehlen kam Unfriede in die Familie und in der Bibel gibt es weitere Geschichten über Stehlen oder auch David Es gibt noch so viele weitere Beispiele Davids Er hat eine Frau gesehen hat sich heimlich genommen und hat dann den Mann in Krieg geschickt und hat sich die Frau ganz geheiratet David war ein guter König und sein Königreich war Stabil Er hat ziemlich viel freie Zeit Also freie Zeit Er hat wie in der Zeit als er das Königreich aufgebaut hatte als er verfolgt worden ist Aber jetzt als sein Königreich stabil war ist er eines Tages auf seine Terrasse gegangen hat von der Terrasse eine badende Frau gesehen Er hat die Frau so beschreibt die Bibel so beschreibt die Bibel Er hat sie war wunderschön so beschreibt die Bibel Er hat Und David war der König Er hat dann seine Männer beauftragt diese Frau in das Palast zu bringen und hat dann natürlich mit ihr geschlafen und hat dann nach einiger Zeit David verkünden lassen sie sei schwanger Aber Beersheba war zu der Zeit verheiratet mit Uria Und so war Davids plan Uria dann aus dem Krieg zu holen So dass man vorgaukelt Uria hat mit Beersheba geschlafen und dass das Kind von ihnen ist Und so hätte Uria denken können dass dieses Kind von ihm ist Aber so hat es irgendwie nicht funktioniert Weil die Bibel sagt Uria war ein rechtschaffender Mann Denn Uria war der Meinung er kann nicht einfach eigenständig nach Hause und seine Soldaten auf dem Feld im Krieg lassen Und so ist er nicht nach Hause zurückgekehrt und der Plan ist in Wasser gefallen Und so wollte David Uria umbringen lassen Und so hat Uria an die Frontlinie versetzen lassen so dass er auf jeden Fall mit großer Wahrscheinlichkeit umkommt Es war eine Kriegszone voller Gefahr Und da wird die Soldaten befohlen wenn sie an der Frontlinie kämpfen dass Uria vorne bleibt und die Soldaten aber zurückschreiten Und diese ganzen Gedanken kamen weil David gestohlen hat Und so hat er auch den Mordgedanken Und das war nicht aus Versehen getötet sondern mit Plan getötet Und so hat er auch den Mordgedanken Und so hat er auch den Mordgedanken Denn das ist eigentlich eine große oder eine sehr schwerwiegende Sünde vor Gottes. So beschreibt David in dem Psalmen, dass seine Tränen ein Meer bilden können. Hat Gott um Vergebung gebeten. Denn wenn er aus dem König oder Lebensbuch eliminiert wird, sein Name, dann ist es eigentlich fast schon nicht mehr existent. So sagt die Bibel, jemand, der erfolgreich in Gottes Augen ist, dem sein Name wird verewigt. So hat David gebeten, dass sein Name nicht eliminiert wird. Und all das fing mit einem kleinen Akt des Stählens an. Und das war ein Schneeball-Effekt. Es wurde immer, die Sünde wurde immer größer. Und man konnte nichts mehr aufhalten oder zurückbehen. Und das beeinträchtigt, beeinflusste seine ganzen Nachbar. Und das beeinflusste seine ganzen Nachbar. Sein Stammbaum. Also das erste Beispiel, er hat sich zuerst den Stammbaum gemacht. Stehlen durch Haarwürde. Wir werden die letzten Beispiel, weil es das letzte Beispiel ist. Ein letztes Beispiel, auch von der Zeit, das letzte Beispiel. Ein letztes Beispiel ist, Euda. Judas. Wir wissen, dass Euda ist Jesu der 12. Münder之一. Wir wissen, Judas war einer der 12 Jünger von Jesu. Es gibt viele Beschreibungen von Judas. Warum er Jesus verkauft hat. War es richtig, Jesus zu verkaufen? Viele waren sehr oberflächlich, viele Gedanken. Wir wissen, dass Judas der Kassenwart der Jünger war. Wir wissen, dass Judas der Kassenwart der Jünger war. Das steht in Johannes Evangelium. Wir sehen, dass Eudhael Vf.12 der Jünger war. Johannes Evangelium, Kapitel 12. Eudhael Vf.12 der Jünger. 12, Vers 6. Das heißt, er tut den Geldbeutel der Jünger. Das heißt, er war der Kassenwart über das Geld der Gruppe. Er hat lange Zeit mit Jesus und seinen Jüngern zusammengelebt. Wenn die etwas gebraucht haben, hat er das Geld gezückt und Essen gekauft. Das heißt, er war verantwortlich für den Geldbeutel. Aber mit der Salbung von Maria? Hat Judas gesagt, warum verkauft er denn nicht diese Salbe und er kriegt sogar noch Geld dafür? Das heißt, er hatte nicht den Gedanken, den Armen zu helfen mit diesem Geld. Er war sehr geizig und gierig und hat Geld gestohlen. Und dieses Geld an sich nehmen, wurde zur Gewohnheit. Und in dieser Gruppe mit Jesus war das Leck bei Judas. Jesus wurde verkauft wegen Judas. Das heißt, er hat mit kleinen Sachen angefangen, was zu einem riesen Fehler, riesen Sünde gefolgt hat. Das heißt, Judas hat die Verantwortung verloren gegenüber diesem Geldbeutel. Und die Bibel schreibt, Satan kam in das Herz von Judas. Der Teufel wusste von diesem Leck. So hat Jesus gesagt, das, was du geplant hast zu tun, an Judas zu tun. So kann man sich das fast vorstellen, wie der Teufel war die ganze Zeit um Judas rum, bis Judas das Herz gefasst hat, etwas Schlechtes zu tun. Und so kam der Teufel in sein Herz. Das heißt, der Teufel war eigentlich fast die ganze Zeit bei ihm. So beschreibt es die Bibel. Wir wissen, Gott ist allmächtig und allwissend. Gott hätte alle befreien können oder erretten können. Aber der Teufel hat sein eigenes Reich auf der Welt. So wie in der Offenbarung steht. 魔鬼 ist ja auch eine座位. Der Teufel hat auf der Erde seinen Thron. Er wohnt mit den Menschen. Er wohnt mit den Menschen. Und er geht und fläucht auf der Erde rum. Und der Teufel geht herum wie ein hungriger Löwe, der nach Essen sucht. Und die Wohnsitze des Teufels sind in des Menschen's Herzen. Und die Wohnsitze des Teufels sind in des Menschen's Herzen. Das heißt, der Teufel wartet eigentlich fast darauf, dass wir Sünde begehen. Und wenn aber der Teufel bis jetzt ergreift, dann haben wir fast schon keine Hoffnung mehr. Das heißt, oft ist der Gedanke falsch, dass der Teufel nur ein Geist ist und irgendwo ganz weg ist, ist manchmal gar nicht so wahr. Und die Bibel schreibt, der Satan siedelt sich an und es sind dann auch viele böse Geister um diese Ansiedlung herum. Und durch den Geist von Judas entstand dieses Loch für den Satan. So kam der Teufel in das Herz von Judas. Und deswegen unterschätzt niemals die Tätigkeit zu stehlen. Aufgrund der Zeit, besprechen wir bei der nächsten Stunde das Thema über Raub und Diebstahl. Dann schließen wir den Gottesdienst mit einem Lobge.